Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Ultimate Trial. Wir sind gerade in der Prüfung des Helden auf Ebene 20 und wir haben schon echt kassiert. Also ganz ehrlich, es ist richtig schlecht gewesen, was wir bisher hierher geleistet haben. Das tut mir selber sehr in der Seele weh. Wir haben uns jetzt nochmal eine Magieflasche reingehauen und haben eine Fee gekauft für 150 Rubine. Ist teuer, aber für die Zukunft ein nices Item, muss ich sagen. Ähm Theoretisch könnte man jetzt auch sagen, komm wir verlassen jetzt hier den Trial und starten nochmal neu mit einer Fee in der Tasche. Ist nicht schlecht glaube ich, aber ich bin jetzt so erstmal zufrieden. Wir gehen in die nächste Runde Leute. Ja, weiter geht's. Wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen Items sparen jetzt. Geil. Ah. Gut, das war nicht schlecht, ne? Das war eine gute Runde. Gegen 1000 Schatten Grabscher. Okay, zack. Der ist weg. Ansonsten nur... Skulltees. Bis jetzt zumindest. Zack. Zack. War es das etwa schon? Okay, auch eine leichte Runde. So, einmal mit einem Boomerang... Boah, einmal mit einem Boomerang stunnen, wollte ich sagen. Zack. Und tschüss. Schöne Runde, kein Geld bekommen leider. Oh, okay. Da gehen wir aggressiv an die Sache ran. So, ich glaube der macht das zweimal. Und jetzt wird er wieder sichtbar, ne? Und tschüss, mein Freund. Geld? Fünf Rubine? Naja. Okay. Weiter geht's. Ähm. Ich geh mit dem Bogen rein. Oh Gott. Geht hier halt ein bisschen mehr aus, als ich dachte. Ich darf mein Schild nicht benutzen, by the way. What? Oh shit. Oh shit. Oh shit. okay jetzt muss ich bestimmt unsichtbar und geht gleich noch mal mit der fackel ran so und jetzt einfach noch der hier der sollte kein problem sein den machen wir schnell mit dem boomerang mit dem ketten boomerang das ist eigentlich easy wenn man die anderen beiden geschafft hat kein problem mehr er war es oder okay fünf probine wahnsinn cool da haben wir die ebenen schon abgeschlossen sind wir auf ebene 25 und jetzt geht es los hier mit feuer okay wir haben hier noch eine feuer fledermaus ich glaube das ist viel besser so wie ich wie ich das jetzt gemacht habe mit den fledermäusen so müsste ich das immer machen wenn das viele sind dann lieber ohne boomerang glaube ich dann ist das immer viel besser so okay wir müssen auf jeden fall aufpassen das war bald demnächst ich trottel das war dumm das war einfach nur dumm dass ich demnächst mal die thermal rüstung anziehen die genau nehme ich in dieser situation hier so okay das gab noch mal kohle und hier springen bestimmt noch solche schädel umher wollte ich gerade sagen das war schlecht hallo hallo so und tschüss hallo gefällt mir auch wieder nicht ach ja ich darf kein schild benutzen ich darf kein schild benutzen by the way wir haben aber noch eine fee ne das müssen wir dazu sagen okay ein bisschen kohle hau mal zu und tschüss mein freund aber jetzt kommt gleich die ebene auf der wir versagt hatten das war gegen den so ein gegen zwei feuertänzer war das glaube ich oder war das gegen zwei ich glaube fast ja auf jeden fall muss ich da mit dem hammer hauen okay es kommt glaube ich noch okay einfach dran bleiben tschüss okay beautiful war eine schöne runde ja hier hatte ich glaube ich versagt da hat es ist das ist dass du 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 schuze die 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 Scheiße. Okay. Ja, wir sind beim letzten Mal gestorben, Leute. Wir sind jetzt auf Ebene 30. 30? Ich glaube, ja. Okay. Wir sind schon mal weitergekommen als beim letzten Mal. Ist zumindest schon mal ein Anfang, oder? Am nervigsten sind wirklich einfach... Ich bin ganz ehrlich. Fledermäuse. Alles, was fliegt. Ja, Dekonüsse. Ich weiß nicht. Was meinten ihr? Dekonüsse? Hm. Hat gegen fliegende Gegner eigentlich auch nice. Ja, komm. Ich nehme sie mal mit. Wie viele... Okay, es waren nur sechs Stück, die wir jetzt gekauft haben im Endeffekt. Für 20 Rubine. Ist nicht ganz so nice. Ich rüste sie mal mit aus. Einfach mal mit benutzen, würde ich sagen. Okay. Oh, nee. Aber ich kann jetzt wieder... Hier rauf gehen, ne? Und kann mal... Oh Gott. Seht ihr das? Seht ihr das, was ich sehe? Ich mache einfach mal den hier. Das war, glaube ich, eine gute Idee. Kostet auch nicht so viel Magie. Okay. Werden das jetzt Feuerfledermäuse oder sterben die? Die sterben. Okay, cool. Na klar. Erwisch mich einfach noch. Sehe ich nicht, Leute. Scheiße. Oh Gott. Okay. Und was noch? Ja, Leute. Ihr müsst mir auch was geben. Okay. Einer ist tot. Das ist auf die Scheißrunde, ey. Ich hasse Eislevel. Ganz ehrlich. Okay, wir haben wieder Fledermäuse am Start. Kommt her, Leute. Oh, die sind immun dagegen? Echt? Ich habe nie versucht. Okay. Feuer immun einfach. Okay. Okay. Das ist rausgekommen. Oh, der hatte gar keinen Bock auf mich, der Typ. Komm, hau zu. Okay, nice. Ebene 35. Ah, shit. Ich habe die 5 Rubine verpasst. Bad. Okay, warte. Einmal atmen und einmal dehnen. Alter, was? Was ist los mit euch? Schütt mal. Alter. Ganze Welt hinter mir her. Alter, Falter. So, jetzt habe ich einen ruhigen, ne? Jetzt kann ich chillen. Oh. Wow, die sind sowas von aggressiv im Wasser. Ich glaube, das hatte ich noch nie im Wasser. Kann das sein? So, ich hoffe, es bleibt nur bei einmal im Wasser kämpfen. Gar keinen Bock drauf. Zack. Zack, zack. Gute Runde. Sehr schön. Beautiful. Oh Gott. Und tschüss. Okay. Oh, da ist noch irgendwas. Jawoll. So muss das laufen. Okay. Zack. Wir killen erstmal alles rundherum, würde ich sagen. Okay. Das wäre das. Dann hauen wir hier mal so rein. Und dann einmal mit dem Schwert. Tschüssi. 191 Rubin, ne? 191 Rubin, ne? Und da ist noch eine Fledermaus. Wo kommen die her? What the heck? Wollen wir das irgendwo? Hä? Okay. Interessant. Okay, was kommen wir jetzt? Zwei Stück. Ich habe gerade kassiert, oder? Drei. Oh nein. Nein. Okay. Ich habe schon wieder kassiert. Nein. Scheiße. Okay, wie viel heilt die Fee? Die heilt bestimmt nicht voll. Die heilt voll? Alter, die ist ja sowas von busted. Okay, wir fangen nochmal neu an, Leute, würde ich sagen. Geil. Das war doch Ebene 40? Ne, das ist Ebene 40. Nein. Warum denn jetzt? Okay. Der ist natürlich jetzt kacke, ne? Hi. Theoretisch immer nur. Immer nur die Attacke machen. Weil die kann er nicht machen. Aber ich treffe ihn auch gerade nicht. Warum treffe ich ihn nicht? Oder nicht anvisieren? Wie war das? Ne, mit dem Zweihänder muss man so machen. Ja. Okay. Next round. Mit dem Zweihänder immer so. Bam, ba, ba. Ja. Oh Gott, daneben. Oh, nice, Alter. Ohne Treffer. Uh. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Aber es ärgert mich trotzdem, dass ich meine Fee jetzt auch verbraucht habe. Hätte nicht sein müssen. Aber jetzt sind wir Ebene 40. Oder? Ich glaube, Ebene 40 sind wir jetzt. Und ein Gorone. Nice. Oh, hoffentlich verkauft der mir was Gutes. Ich glaube, Red Potion würde ich feiern. Oder noch eine Fee? Die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Red Potion. Nehme mal mit. Acht, acht. Acht, glaube ich, ne? Acht Herzen. Macht eine Red Potion. Sechs. Boah, nur sechs Herzen. Also ganz ehrlich, da ist eine Fee ja tausendmal besser als eine rote, oder? Ich finde schon. Okay, aber wir haben einen nice Run. Wir haben richtig einen nice Run. Ich glaube, 75 Ebenen hat das Ding hier. Okay. Okay, 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 okay. Was geht denn hier schon wieder ab? Ich wechsle mal kurz auf den Boomerang. Äh. Oh nein. Zack. Okay, cool. Irgendwas Unsichtbares. Ach, kacke. Okay, ich brauche das Auge der Wahrheit. Ist halt einfach so. Das tut mir so im Herzen weh gerade. Wo ist er? Okay. Weg damit. Oh, jetzt kommt er noch. Nein, warum habe ich denn diese blöden Boots jetzt angezogen? So, Auge der Wahrheit... Weiß nicht, soll ich das drauf lassen? Ich ziehe auf jeden Fall erstmal wieder die Rüstung an. Da regenerieren wir nebenbei ein bisschen Mana und ich glaube ich... Ich nehme den Boomerang erstmal wieder. Okay, Zombie-Time. Aber das ist easy. Oh nein, unsichtbare Zombies. Komm schon, bitte. Natürlich nicht. Shit, ey, kacke. Okay, ich brauche das Auge der Wahrheit, ganz ehrlich. Ich muss sehen, was hier abgeht. Okay, das war alles, was unsichtbar ist, ne? Ja. Jetzt weiß ich nicht, wie mache ich das mit dem Geist? Den kann ich damit auch treffen. Nice to know. Genau. So, jetzt stunner den einmal. Oh Gott. Das war schlecht. Nein! Raus aus der Krutze. Okay. Das war scheiße, ey. Wir haben ja irgendwo... Ich hoffe, das war alles, was unsichtbar war. Und dann kommt halt wieder so eine Runde, ne? Das versteht man nicht. Das versteht man einfach nicht. Eine machen wir noch. Okay, warte. Ist das nur der? Ist da nicht irgendwas anderes mit dabei? Das ist doch... Hä? Aber das ist schon wieder so leicht. Oder? Das versteht schon wieder keiner. So. Keine Ahnung. Das ist... Das finde... Ich finde den schon wieder so leicht. Im Gegensatz zu den anderen Runden. Ist das halt für mich einfach ein Freewind. Da musst du nichts können. Wenn da keine andere dabei ist. Ist das ja sowas von easy. Das machen wir jetzt dreimal und dann war's das mit der Runde. Gut Leute. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Dann machen wir das jetzt schon mal... Die Verabschiedung soweit fertig. Weil dann haben wir die Runde ja gleich fertig. So. Und äh... Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Muss man sagen. Wir sind in einem guten Run. Ich glaube wir sind jetzt auf Ebene 45. Haben noch eine rote Potion. Ich bin guter Dinge, dass es was werden könnte. Ich meine es sind... Na gut es sind immer noch 30 Ebenen, ne. Aber... Es läuft gut. So weit waren wir auf jeden Fall noch nicht. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi Leute. Tschüssi Leute. Tschüssi Leute. Bis zum nächsten Mal.